Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Rocker zeigt allen Ich bin Rocker. Wie heißt du? Was wirklich wichtig ist. Kasper. Hey, hör auf damit! Hör zu, so geht das nicht. Wir brauchen einen Erziehungsberechtigten. Ich bin berechtigt, mich zu erziehen. Perfect Design. Es gibt Gesetze, an die man sich halten muss. Ich bin sicher, du wirst dich in der Pflegefamilie wohlfühlen. Du kannst genau so wenig dafür wie ich. Du bringst wirklich nur einen Blick. Er hat seine eigene Geschichte. Aber ganz sicher hätte meine Mama nicht gewollt, dass ich immer nur traurig bin. Und deine Familie hätte das auch nicht gewollt. Wer mich nicht kennt, wer mich nicht kennt, der hat was verpennt. Ich liebe dich bis in die Sterne und zurück. Wer mich nicht kennt, hat was verpennt. Komm, ich zeig dir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so einem Mädchen wie Rocker begegnet. Rocker verändert die Welt. Demnächst im Kino. Rocker verändert die Welt.